Hallo und herzlich willkommen zur Community Let's Play Supremacy 1914. Wir starten diesmal im Bereich Großbritannien, Frankreich, Spanien. Großbritannien ist ja noch im Krieg mit Italien, hat jetzt zusätzlich noch Bern erobert und ist jetzt auf dem Weg nach Zürich. Mit weiteren werden Truppen noch in den Süden verlegt, wie wir hier sehen, Richtung Brindisi bzw. gegen Reggio. Also Frankreich selber ist ja auch im Krieg mit Italien, hat seine ehemals eroberten Gebiete im Bereich Italien alle wieder verloren und versucht sich jetzt in Reggio, um da nochmal Fuß fassen zu können und dann wenigstens eine Provinz mitzunehmen. Gucken, ob das so funktioniert. Dann sehen wir Spanien auch in großer Bewegung. Hier werden ja einige Spinagetruppen ausgesetzt und Spanien zieht einen relativ großen Trupp nach Afrika, wieder zurück in seine Provinz nach Team Fushu. Mal gucken, was da kommt, ob das zum Schutz dient oder ob man dann doch jetzt noch ein bisschen auf den Krieg hier in Algerien spekuliert. Dann müssen wir mal schauen, denn wenn wir hier mal einen kurzen Blick in die USA werfen und nach Amerika allgemein werfen, sehen wir, dass hier die südlichen USA ein Schiff fertig hat. Das haben wir ja gestern schon gesehen und dann hier noch ein paar Truppen mit dazu zieht. Bin ich mal gespannt, wo der Trupp hin möchte. Des Weiteren werden hier noch zusätzliche Einheiten von A nach B gezogen. Also wir haben hier zehn Geschütze, wir haben hier noch mal gut 100 Mann. Also da ist schon noch ein bisschen Bewegung. Hier oben haben wir noch ein weiteres Schiff. Das ist das von den nördlichen USA. Habt ihr das überschrieben? Okay, okay, okay. Und dann kann er natürlich mit zwei Schiffen und entsprechend Truppen, das zieht ihr hier oben hin, genau Richtung Rune Lake, dann kann er da mit den Truppen auch mit dem Schiff hier rüber und dann könnte man da drüben mit einem sehr, sehr großen Trupp irgendwo anlanden und auf jeden Fall schon einiges an Stress verbreiten, da ja auch die Feuerkraft der Schiffe da natürlich nicht zu verachten ist. Die nördliche USA ist momentan vergleichsweise ruhig, hat ja hier auch seine Truppen zusammengesammelt, zieht wahrscheinlich die oben aus Neufundland demnächst auch wieder ab. Momentan wird noch ein bisschen Schutz aufgebaut in Corner Brook und Südkanada. Naja, Südkanada ist halt vergleichsweise ruhig, ne? Was soll er auch machen? Er hat ja nicht viel. Von daher, aber was mich erstaunt, es sind immer noch keine Fabriken bei ihm im Bau. Ich weiß nicht, ob er da sein ganzes Geld zwischendrin schon verloren hat. Er hat jetzt nur hier ein bisschen ein Port Cartier. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob die Fabrik da schon stand. Und ist das doch vom Ausbaustand her recht wenig, ne? So, gehen wir zurück nach Afrika. Ja, wir haben hier Ost-Algerien und West-Libyen im Krieg gegen Arabien und das Osmanische Reich. Wir haben hier hinten in Arabien große, große Truppenansammlungen. Da sind auch mittlerweile einige Geschütze vor Ort. Ja, wenn man sich das hier mal anguckt, da ist schon noch ein bisschen was, was man dort als Gegenwehr bringen kann. Allerdings haben ja auch Ost-Algerien und West-Libyen ziemlich viele Truppen vor Ort. Sehen ihr hier auch, nachdem ja gestern Abus Himmel gefallen ist, jetzt ist Ost-Algerien auf dem Weg nach Fuduquan. Das dann, ja, im Ursprung mal Französisch-Westafrika gehört hatte, dann nach Ägypten gegangen ist, durch Revolte nach Arabien und jetzt durch Eroberung nach Ost-Algerien. Also auch so eine Provinz, die schon viele Kononialherren hatte. Also, ja. Hier geht es momentan nicht weiter. Hier wird einfach nur weiter auf Kairo rumgebombt. Kommt ihr da hinten ran? Nein, ihr würdet nicht mal rankommen. Na, weiß ich nicht. Da hätte ich so mal zehn Mann rübergeschickt, das zu erobern und die dann wieder zurückgepfiffen. Ist bisher noch nicht passiert. Kommt vielleicht noch. Gehen wir weiter in den Norden. Das Osmanische Reich hat ja bereits einiges verloren im Kampf gegen Rumänien. Sieht hier momentan für Konstantinopel, ehrlich gesagt, auch nicht gut aus. Wenn wir dann noch gucken, was hier noch im Gebiet an Truppen vorhanden ist, ist das nicht mehr so sonderlich viel. Die Schiffe bombardieren auch weiter. Hier hinten sind auch noch sehr, sehr viele Truppen aus Rumänien beziehungsweise, ne, diesmal sind keine Österreicher dabei. Okay. Von daher wird das Ganze natürlich enge, ne. Also, die können da ein, zwei fix einmarschieren. Ich denke mal, das wird auch ziemlich zügig kommen. Dann hat hier hinten Österreich die beiden Provinzen ja von dem Kaukasus wieder abgenommen. Italien hat sich hier hinten auch noch ein bisschen was erobert. Spielt hier unten noch auf Canea rum. Das wird für Canea aber nicht reichen. Canea wird dann nicht erobern können, aber zumindestens dauert ein bisschen Schaden verbreiten. Tja, und dann kommen wir Richtung Ukraine. Die Ukraine hat noch einiges an, ja, Infanterie und einiges an Geschützen. Allerdings, ne, wir haben hier hinten noch das Eisenbahngeschütz von Rumänien mit rumhängen und wir haben hier noch ein paar andere Geschichten, ja, gehört es Rumänien oder Österreich? Äh, von Österreich mit rumhängen. Ja, muss man ab und zu mal gucken, weil, ja, erstens haben alle drei die gleiche Fahne und zweitens werden die Einheiten auch regelmäßig hin und her getauscht, je nachdem, wo sie gerade benötigt werden. Ja, da sieht es dann hier für die Ukraine mittlerweile auch nicht mehr so prickelnd aus, ne. Dann, ja, ich weiß nicht, ob man da unten diese, diese große Vereinigung stoppen kann, so ohne weiteres, ne. Wenn wir allein hier mal gucken, 22 Geschütze, hier unten sind auch noch mal zehn und ganz unten sind ja auch noch mal einige Geschütze vorhanden. Fünf, die werden jetzt für Bulgarien gezählt, gehören aber Rumänien. Ja, so schaut's aus. Noch weiter im Norden haben wir ja Russland. Russland steht hier noch auf seinem eigenen Gebiet, hat auch nur drei Geschütze, also das ist da auch nicht so groß vertreten, ne. Also da wird's auch schwierig. Die könnten hier schon einen relativ großen Durchmarsch machen, wenn sie denn soweit sind und der Meinung sind, dass sie da weiter wollen, ne. Dann können sich die anderen hier nicht mehr so effektiv verteidigen. Nordrussland hat noch einiges an Geschützen, auch entsprechend Infanterie, wo man sich noch ein bisschen halten könnte. Dann haben wir ja hier noch ein bisschen Schwen und ein bisschen, ja, Norwing. Norwing ist ja halt nicht ganz so aktiv, hat auch noch massivst Moralprobleme. Ja, da wechseln ja manche Provinzen auch den Besitzer durch Revolten. Schwen muss sich jetzt erstmal wieder neu sammeln, hatte ja im Kampf gegen Deutschland doch eine ganze, ganze Menge verloren. Wir werfen noch einen kurzen Blick in die Zeitung. So, da sehen wir hier Thessaloniki, Osmanisches Reich 20, Italien, Quatsch umgekehrt, Osmanisches Reich 13, Italien 20, ja. Dann haben wir noch den Krieg Großbritannien gegen Italien. Italien 23, Großbritannien 8. Dann haben wir noch Kaukasus mit 2 gegen Italien mit 1. Dann kommen wir weiter runter. Rumänien mit 10 gegen das Osmanische Reich mit 123. Das ist natürlich auch sehr heftig, ne. Ukraine 89 gegen Österreich mit 85. Ja, wenn wir hier auch gucken in den mächtigsten Armeen, das sieht da teilweise nicht ganz so großig aus für den einen oder anderen, da ist dann doch schon sehr, sehr viel verloren gegangen. Dann haben wir noch das Wegfangen von Spionen. Das ist ja auch relativ normal, kommt ja auch regelmäßig vor. Ja, da würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und schauen mal, wie es in ein paar Stündchen aussieht. Wieder zurück zum Community Let's Play. Es ist ehrlich gesagt nicht viel passiert. Es gab nicht so sonderliche Bewegungen. Amerika sammelt halt noch weiter seine Truppen und zieht ein bisschen von A nach B. Dasselbe macht Spanien. Der geht hier hinten Richtung Algerien wieder, also Richtung Ost-Algerien, genauso wie Marokko. Gucken, ob da jetzt vielleicht nochmal was in diese Richtung kommt. Dann sind ja Ost-Algerien und West-Libyen im Kampf gegen Arabiens und das Osmanische Reich. Ost-Algerien hat jetzt Fuloquan erobert, ist jetzt auf dem Weg hier unten nach Baranaia. Unten steht Kairo immer noch unter Beschuss von West-Libyen. Das war da im Prinzip schon alles. Dann ist hier unten halt Italien ja erfolgreich angelandet, hat hier noch einige Provinzen erobert. Rumänien hat den Krieg angefangen mit Bulgarien und ist dabei, hier hinten Konstantinopel anzugreifen. Ansonsten der Kaukasus auch damit beschäftigt, Truppen zusammenzuziehen. Ebenfalls die Ukraine hat sich auch hier noch nicht weiter bewegt. Das ist ja immer auch die Bedrohung aus Deutschland, Österreich und Rumänien, die hier unten abgeht. Ist ja auch immer noch der Beschuss auf die Ukraine. Und da ist einfach jetzt mehr oder weniger abzuwarten, wann hier die nächste Provinz fällt. Litauen ruhig, Russland zieht Truppen zusammen. Nordrussland ist auch immer noch dabei, Truppen zu bauen. Steht hier hinten mit seinem gesamten Trupp in Syktivka und hat ein Schiffchen gebaut. Mal gucken, ob das noch ein bisschen parken darf oder ob das bald zum Einsatz kommt. Schweden auch, Truppen am Sammeln. Norwegen auch nichts Besonderes. In Großbritannien ist dabei, hier unten in Brindisi einzumarschieren. Dann Frankreich hier unten in Reggio. Das haben wir morgen schon gesehen, dass er da auf dem Weg ist. Ansonsten werden die ersten Truppen hier schon wieder zurückgezogen. Werden ja da unten in Italien nicht mehr so sonderlich benötigt. Ist also auch bald erledigt. Der Kampf hier auf dem eigentlichen italienischen Gebiet. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo sich die ganzen Leute neue Spielfelder suchen. Kurzer Blick in die Zeitung. Hier der Angriff von Rumänien auf Bulgarien 1 zu 26. Dann haben wir hier Zürich, was erobert wurde von Großbritannien. Italien 24, Großbritannien 8. Damit auch wieder eins fest weg. Dann haben wir hier noch einige Bauten, die so fertiggestellt wurden. Dann haben wir noch den Krieg. Osmanisches Reich gegen Italien 13 zu 23. Und dann sind wir auch schon wieder im frühen Morgen. Das sind ja alles Nachrichten, die wir schon einmal so gesehen haben. Von daher nichts Neues, nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye-Bye. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye-Bye.